Nino De Angelo ist ein großartiger Sänger, der in den 80er Jahren große Erfolge feierte. Sein Song, Jenseits von Eden, erreichte in mehreren Ländern Platz 1 der Singleschatz. In den letzten Jahren hatte der Sänger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hat bereits gegen Leukämie und Lymphdrüsenkrebs gekämpft, hat mehrere Bypässe und eine Lungenerkrankung. Doch für viele fällt er in den sozialen Medien negativ auf. So wird zum Beispiel behauptet, dass der Sänger nicht auf seine Gesundheit achten würde, weil er immer noch zu viel Alkohol trinkt oder sogar raucht. Ständig muss sich der Sänger auf Instagram rechtfertigen. In einem Video sagt er Ich war mein Leben lang so wie ich bin. Ich bin mir immer treu geblieben und ich habe ein Recht darauf, so zu sein, wie ich sein möchte. Warum möchte man mich immer verbiegen wollen? Seine Fans stehen natürlich hinter ihm und schätzen und respektieren seinen Humor und Lebensweise. So schreiben manche in den Kommentaren Ich frage mich, warum du dich ständig rechtfertigen musst. Es ist dein Leben und das kannst du gestalten, wie du willst. Ein anderer schreibt Lebe dein Leben jeden Tag. Lebe so wie du es magst. Lebe für jemanden, den du liebst, für den du immer alles gibst. Einen Shitstorm hat niemand wirklich verdient. Nino sollte sich lieber auf die Musik konzentrieren und uns mit großartigen Hits verzaubern, bevor er seine Karriere endgültig beendet. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.